Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder in Mexiko und wieder gehen wir spazieren. Ich habe immer noch nicht alle Sachen auf der Map freigeschaltet, ihr seht das. Wir haben hier unten noch, der ganze Süden ist noch offen, hier im Westen haben wir noch ein bisschen was offen. Das müssen wir alles noch freischalten, alles noch, ja, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort dazu nicht ein. Erkunden müssen wir das noch, genau. Okay, na gut, dann let's go. Alter, wie ich manchmal nach Wörtern suche, ist nicht mehr normal. Vielleicht sollte ich mal irgendwie so Gehirnjogging machen oder so. Let's go. Wir sind jetzt natürlich auf dem Weg zur nächsten Hütte, die wir hier noch, die wir beim letzten Mal hier nicht freigeschaltet haben. Weil wir hier die Weißwegel, äh, Weißwegel, die Weißwegel wegprühen mussten. Okay. Da haben wir doch schon mal was. Ah, doch, 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 den haben wir gut getroffen, hoffe ich. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sitzplatz aus. Da hat uns ein Weißwegelhirsch angeschrien. Wir müssen uns anschauen, das war auch noch ein Männchen, was da für ein Potenzial hat, was das für einer ist. Was ihm einfällt, mich anzubrüllen. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Okay, leg dich da einfach hin. Okay, Digga, okay. 100 Meter. Bist du alleine? Also offensichtlich nicht, aber bist du, bist du der einzige Bock in deiner Gruppe? Wird jetzt schwierig herauszufinden, aber ich glaube, ich glaube, er ist der einzige Bock und ich würde jetzt einfach mal auf ihn drauf schießen. Vielleicht ist das jetzt mit seinem Fuß da auch ein beschissener Winkel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir versuchen es mal. Das ist der schöne Lux, Silber, doppelter Lungentreffer. Finde ich gut. Der ist hier runtergerutscht. Mit ausgestreckten Beinen. Auch Silber. Ja, singe Lunge. Ich wollte eigentlich das Herz treffen, aber das hat er so ein bisschen protected mit seinem Fuß. Da hatte ich halt die Angst, dass ich in den Knochen schieße und dass die Kugel sich da vom Knochen aufgehalten wird und nicht weiter eindringt. Deswegen habe ich ein bisschen weiter oben angesetzt. Naja, immerhin die Lunge. Immerhin lebenswichtiges Organ verletzt. Das heißt, die Verwertungsprüfung passt. Top. Das ist frech. Das ist einfach nur frech, dass die Weibchen genau wissen. Die wissen genau, dass sie keinen Trophy-Score haben. Und dann stellen die sich einfach hier hin und ignorieren mich. Denken sich so, ja, der schießt sowieso nicht auf mich. Bla, bla, bla. Ist klar, Mädchen. Also, wer so frech mich ignoriert, der wird einfach erschossen. Egal, ob es dafür eine Wertung gibt oder nicht. Einfach, bam, doppel Lunge, Herz. So sieht es aus. Und ich bin mir sicher, die sind so... Oh mein Gott. Oh mein Gott, die hat mich angegriffen. Weil ich... Weil ich ihre Schwester und ihren Bruder... Oh mein Gott. Also, das übersteigt jetzt alles. Sind die frech? Das gibt es ja gar nicht. Was ist hier los? Mal sehen, ob ich den... Er... Wische. Oh, nein, nein, nein. Oh, 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 er hatte sehr, sehr viel Glück. Und ich hatte einfach nur wieder Potato Aim des Todes. So, aber jetzt. Jetzt kriege ich dich, mein Freund. Jetzt kriege ich dich. Oder auch nicht. Okay, wir schauen mal, ob ich den gut getroffen habe oder eben nicht. Oh, doch, 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 doch. Der liegt im Dreck sehr, sehr gut. Wir haben ihn erwischt. Den Bock. Aber es wird kein guter sein, ne? Ich würde sagen, Silber. Silber, sag ich doch. 163er Score. Boah. Schön zinge die Lunge. Okay, cool, cool, cool. Ist er das? Das ist er. Ich habe sehr weit vorgezielt. Ich hoffe nicht, dass ich den in den Kopf getroffen habe. Mal gucken. So, tatsächlich, Doppellunge. Ich habe sehr gut vorgezielt. Doppellunge, faste Herztreffer, Gold. 24,3. Das ist ein sehr, sehr gutes Tier. Sehr schön. Finde ich gut. Das ist schon wieder ein sehr, sehr freches Weibchen. Und dafür gibt es halt einen Herztreffer. Die nimmt mich einfach nicht für voll. Die flüchtet nicht, weil die weiß, ich schieße nicht auf Weibchen. Zack. Weil Weibchen geben leider keine Trophäenwertung. Bei einem Hirsch natürlich, weil die halt keinen Geweih haben, ne? Aber, oh, es wird auch kein Herztreffer. Aber egal. Trotzdem tot. Also, das gibt es doch gar nicht, oder? Wie es ja auch einfach egal ist. Also, ein Bock wäre schon längst über alle Berge. Und sie steht da, chillt ihr Leben. Guckt nochmal. Ist das ein Jäger? Hm. Naja. Egal. Frank Royote, oder? Egal. Was ist heute mit den Tieren los? Warum hat er keinen Respekt vor mir? Sind ich buggy, oder? Sehen die mich nicht. Bin ich unsichtbar geworden? Das wäre gut. Das wäre gut in dem Spiel. Silver, okay. Schön in die Lunge. Zudem geben wir einen Hals-Nasen-Ohren-Schuss direkt in, äh... Oh. Okay. Der ist auch gut. Ach, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ne, wir müssen die beiden nehmen, ne? So. Also, erst mal den schießen und dann gleich rüberziehen und den schießen. Okay. Kriegen wir hin. Drei! Das sah gut aus. Ich glaube, ich habe drei geschossen. Schauen wir uns den ersten Mal an. Das ist der... Silberne. Welcher war denn das? Achso, den ich da so halbschräg... Ja, ja, okay, okay. Das ist der, okay. Verstehe. Der ist auch silber. 169. Ruhe. Ruhe. So. Bronzener Bock. Und der ist auch bronze. Ach ja, das ist der, der gerade... Ah, okay, okay, okay. Naja, den habe ich gerade getroffen, als er sich weggeduckt hat, um loszulaufen. Deswegen habe ich kein lebenswichtiges Organ getroffen. Er wäre eigentlich silber gewesen. Schade. Top. Besser geht's gar nicht. Besser ging's gar nicht. Ist das schlecht. Oh, einer fliegt noch weg. Oh, 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 oh. Erst mal ein silbernes Weibchen. Noch ein silbernes Weibchen. Hast du keinen Hund dabei in der Hunter? Nee, der steht mir eigentlich nur im Weg. Ich mag den eigentlich in dem Game nicht. Spiel gerne ohne Hund und ohne Korra. Ah! Kaktus hat mich schon wieder gebissen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Aua! Ah! Hat mich gebissen, die Hose. Mir ist ein Dorn. Ein dicker und scharf. Easy peasy. So, da ist unser Schaf. Es ist silber. Schön Doppelunger. Durch den Knochen durch. Top. Wird gerne halt auch so eine Position habe, wo ich beide gleichzeitig schießen kann. Das könnte jetzt die Position sein. Genau die, die wir brauchen. Wenn wir Glück hatten, ist das was geworden. Auf jeden Fall mal ein, der liegt. Das ist der erste. Silber, 171. Ich hätte überhaupt schon einen goldenen Weißweider geschossen. Ich glaube nicht. Das ist der zweite. Silber, 168. Auch schönes Tier. So wie es aussieht, hast du nur Freundinnen. Schon wieder so nah an dem Tier ran, ja. Oh, 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 oh. Okay, das ist dein großer Bruder. Verstehe, verstehe, verstehe. Den habe ich leider nicht gesehen. Oh, er greift mich an. Ich werde im Zinget. Oh, lol. Kein Organer. Ich habe den hier nicht mal gut getroffen. Oh, lol. Schlecht. Ist das schon wieder schlecht? Okay. Also, schöner Schuss in den Ofen, die Gruppe gerade. Also, den besten Bock, den habe ich weglaufen lassen. Und den kleinen habe ich schlecht getroffen. Obwohl, ich dachte, das war ein Herztreffer. Egal. Was soll's? Oh, lol. Ich habe nicht getroffen. Hä? Wie folgt ihr jetzt? Also, jetzt schieße ich mindestens einen, so ein Schaf. Easy. So, Gold. Einmal alles bitte. Sehr gut. Darm, Leber, Lungenflügel rechts. Schön. So, das war es auch schon wieder mit diesem YouTube-Video. War ein kurzes, knackiges Video. Wir haben nicht so viel geschossen wie beim letzten Mal. Leider auch diesmal keinen, haben wir in Gold, weißwede geschossen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall keinen guten Weißwede. Naja. Wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe Bock. Ihr habt Bock. Macht's gut. Tschau. 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 Tschau.